Ahhhh, muss ich alles von vorne machen? Ernsthaft? Okay. Okay. Na komm schon Oh komm Ab nach vorne mit mir Ich tue immer Ich glaube das waren jetzt alle Fürs erste Oder Ne da hinten Ich habe ihn gesehen Na komm nach oben mein Lieber Mann das man die nicht treffen kann Aber ich kann ja auch von hier unten durchgehen Stimmt ihr Ich habe ja hier Ah Falsche Eine kugelsichere Wand Und nicht in Aha Was sie jetzt So Komm wieder zurück Ich habe ihn Was you want, just, just now. It's time to let me go. Just perfect. Grenades. I'd rather not be blown up today. Ja Würde ich auch nicht gerne machen Aber Verdammt, wo ist der Rest? Ja 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 Komm schon Ah 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 Hm Queue So Ich wüsste jetzt nicht, wo noch weitere von denen sind, ich bin mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das klingt aber nicht so wirklich gut. Was, der hat mich getroffen? Okay, weg hier. Da, die kommen alle da hoch. Da sehe ich keinen. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Aber ich habe jetzt so gut wie keine Munition mehr. Ja, die beiden habe ich schon. Oh, so ein bisschen Munition würde ich sagen. Da, nochmal Munition. Gibt es hier noch irgendwas? Ja. Ne, hier ist nichts. Gut. Dann ab nach unten und durch Terminal 3. Ich hoffe mal, dass ich genügend Leben noch für alles habe. Wäre scheiße, wäre nicht. Nein, hier ist es echt! Los! 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 150 Ja Hier ist nichts Das finde ich ziemlich So Wir sind Deutschland Oh shit Oh shit Oh shit Jetzt sind die Züge hier. Damit habe ich alles geschafft. Es sah nicht, als ob es keine Trams gab, bis die Kraft war. Gut, also. Ich muss die Tromversorgung wiederherstellen. Woaah! Wow Ey Natürlich Wo kam das denn jetzt wieder her? Hey The trams were running again Maybe they'd take me to my gate Maybe they'd bring more guys wanting to whack me Maybe both Hey So macht man das Meine Lieben Problem ist Ich hab nicht mehr viel Munition Braucht so ein bisschen was von euch Na? Hast du noch ein bisschen was? Eine Kugel Ah So Natürlich nicht Ich werde nicht so ausgehen Ich werde nicht so ausgehen Natürlich gibt es eine Kugel voll von goons Trying to derail mich Nein Je Sergeant Ich werde nicht Sie werden sie rechtes Zuh! Soviel zum Thema durchatmen. Jetzt auch noch Hubschrauber, also die fahren da ganz schön was auf. Untertitelung des ZDF, 2020